ja normal weiter da habe ich wohl das falsch gemacht dann gehst du mal weiter also wir waren gerade in daleran und dann in der ordenshalle und haben da und haben da unseren krempel fertig gemacht so also ordenshalle schnell geschmiedet eingesetzt und jetzt geht es hier erst mal weiter also direkt vor uns eigentlich und dann ein bisschen weiter runter und dann können wir noch krallen rastein abgeben es ist das blaue eigentlich die hallen der tapakai dungeon ach so, ach da zeig dir hier jetzt die dungeons an dass die dungeons sind ja auch eine gute sache ja sonst haben sich viele dieser addons runtergeladen ja gut die haben ja nach und nach eh schon sehr viele addons hier implementiert weil früher separate programme waren ja wie mob map und so, kennst du das noch? Oh ja, ne. Ich glaub ich wollte gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaub das gibt es nicht mehr, dass das hier gab ist das schluss nicht mehr. Also ich gehe davon aus die bezahlen die halt irgendwie also einmal betrachten und übernehmen das dann und implementieren das hier und fertig ne. So, wo ne? also zwei schilder brauchen wir noch. So, das sieht ein bisschen mit da runter, ne? Ah ja, wir sind ja gestern auch runtergesäbelt. Müssen wir aber zusehen, dass wir wieder hochkommen, ne? euew還 war es genau da? jaja, ja, ich glaub schon Das ist gefährlich mhm ist aber hier ije ich se, ahja, ok, hier muss ich irgendwie kreisen weil ich sehe genau hier sind zwei so ne punkte und irgendein ramauch hab ich auch gesehen oder erst im Rahmen umrübersegeln und kommen so weit glaube ich zutzen zu 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 weil ich war schon angegriffen und zum Dreckshund hier die Knie auf die Knie du so direkt hier vorne ich denke mal auf dem schiff ist glaube ich ein schild ja ja schiff im bauch reibert ist was harvest dienst plan ach doppelklick das irritierend dass man manche sagen mit doppelklick links doppelklick benutzen kann ich glaube fast ein fehler eigentlich ja jetzt können wir den rabot machen wenn du willst ist der hier drin irgendwo oder ist der oben ich seh den tarben da oben sehe ich ihn okay äh zieh dich du bist man mit dem haken ja da ist einer nämlich hier er kann nicht hier ist auch gleich eine kiste ich weiß nicht ob man von hier jetzt zu dem typen hochkommt ist da ein haken ey ich seh keinen da ist ein haken wo ist ein haken rechts ne das ist es nicht was ich bin zu hoch oder ne du kannst doch einfach rüber laufen jetzt zu dem bestimmt das stimmt ich häng hier nur irgendwie fest in so einer äh ich häng hier fest warte Leute one second das stimmt kein tümer ok ups ja da ist nur meine seite ich bin fast runterkatapultiert hier hallo nicht weiterlaufen oh gott nein ok 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 Eine kann ich auch aus der Leiste ziehen, das was ich früher noch klicken musste, weil ich habe ja einen anderen Rang erlernt und das ist jetzt passiv, ne? Ich nehme mir nur den Platz weg da. Shit. Was ist passiv nochmal? Das eine, was ich da, das war, um die Ausweichchance zu erhöhen. Achso. Aber jetzt habe ich einen neuen Rang und, beziehungsweise habe ich, glaube ich, erlernt, dass es passiv ist, so. Mhm. Die Oma, lau, 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 lau. Oh. Oh, ein Epic war da drin. Cool. Der Anhänger ist gut. Das ist halt den, den ich trage. Der, den ich trage. Mhm. Feine Sache. Ruhm des Recken. Ach, wie der Artefakt macht. Gut, werde ich gleich mal reinknallen hier. Das sind sogar zwei mit Artefakt. 20 und nochmal 20. Und schlicht. Wo, bei mir drin hier, als Luke von dem. Das steht. Also hier, stimmt. Ja, stimmt. 20 und 10. Jetzt zwei mal 20. Ich versuche mal eben kurz, da ist es nämlich Erz. Komm, komm. Komm. Da braucht man fast gar kein Fliegen. Also in dem Sinne, ne? Mhm. Ich bin immer noch oben da, wo ich bin von da, wo ich grad war, einfach nur weiter angehen. Ich weiß nicht, wie ich siehst. Mhm. Hups, wo läuft ich? 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 Oh, es hängt wieder. Hui. Das zahlt dich auch, ne? Naja. Huck, 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 huck. Huck, huck. Huck, huck, huck. Huck, huck. Hier, wie ein's rausaut, ne? Nur wollen wir uns gern. Huck, huck. Huck, huck. Mussten wir den, oder? Das weiß ich nicht, ich glaub nicht. Huck, huck nicht. Huck, huck nicht. die unten ich klicke ich konnte nicht zum außen ja ich würde mal irgendwie hinzusebeln ich glaube auch dass sie unten ist oh direkt irgendwo vom rc gelandet ja ich sehe sie von hier die sind echt pervers du meinst sie sind pervers? das ist die Frage plötzlich ist er sieht er anders aus er verwandelt sich ne pass auf dann klicke ich schon mal auf die Liste wenn es auch für dich zählt ist durch ne? ich sehe da noch einen Rahmob ja ich sehe es auch und gut sie sind ja so rar dass man die mittlerweile immer sieht ich weiß noch was Sigrets Lagerbuch eure Knochen werden mein Schmuck sein wo ist denn das hier? ist das er? wo ist er? hinter mir soll er jetzt sein Räuber des Höllenschluns wo ist denn der? ach hier? ja da muss man wissen so jetzt kommt er mit dem Schiff an oder weißt du? hm tatsächlich das ist ja witzig aber ich sag mal so früher waren es noch Zeiten als die Räuber noch als die Rahmobs noch richtig rar waren die geht aber schnell weg hm oh da kommen die anderen auch noch jetzt kommen alle hier hm das ist wie äh ja das erinnert mich an diese 3er Gruppe auf Toll Barat wasste? ah ja stimmt weiter oben da wo die Drachen sind noch eine ja Kapitän oh ich muss aufpassen hab ich den gepolt? weiß ich nicht hm ha 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 echt jetzt da waren alle 3 äh nur die paar Ordens aus draußen nur oder was? ok das ist immer richtig geschissen Drehkult jetzt mal er oder? mach du die Liste ich brauche ein Ziel ich bringe Freunde mit äh wie dies? ja spaziert hm spaziert na denn traktor 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 genau die Liste hattest du ne angeklickt? mhm ich brauche immer noch äh zwei Schilde oh na aber die müsste also laut Gartes ist das wohl wieder weiter hinten oder so lass mal einfach lass mal reiten einfach reiten reiten bis wir uns das sehen mein mein scheiß ihr fängt wieder zu spinnen diese Anschlüsse hm im Headset ouch ok ok und 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 noch mehr Runde das ist hier muss eins sein ok wir gehen einfach schnell in Stealthier wupp ne das war irgendwas mit hinweisen ach hier ist die Quest Schildgeheime untersuch die Schilde ich muss das immer noch machen mit diesen blöden Schilden ok jetzt gibt die Ohre mach mal direkt fest Schiffschracktrümme uff pf dann auf bald auf ein rasches Wiedersehen Ehh nerft aber ich bora mal diese Schildgeheheh ach die finden wir schon find's doch hm HALTDOCHDEINE SCHLUTSIE 3 und 1 gut k das ist ja alles im Wasser hier es stimmt ja das sind auch Ramos ja da hinten ist was ich weiß, was trümmer ok, dann untersuchen wir die mal hier war nur eine ja, war ja nur eine, ist aber schon fertig jetzt sind sie aber verschieden, glaube ich jetzt ist hier, irgendwas ist hier noch die müssen wir umbauen was? die Typen hier diese Nebelrufe, oh hier, hier, Barracuda kann man angeln hier Brüder? wie süß ja, jetzt gab es hier was wo komm ich davon? ach, Angel naja, irgendwie wirkt sie nicht weit genug aus nein, ich sag ja, ich komm nicht weit genug raus und ich bräuchte wahrscheinlich sowas wie so einen Wasserschreiter das ist schon, ne, das ist nicht ein Schiff, wollte ich sagen, das ist ein Schiff oh, das ist ja auch noch ernst der hat, der hat 110 scheiße geh mal lieber einen Stealth oder so scheiße, scheiße aber boah, knapp echt knapp diesen Kampf gewinnt ihr nicht ja, jetzt zieht er mir her äh, geht mein Stealth oh Gott na, aber hier stehen trotzdem noch ein paar Runden fetter Monster ja, hier steht auch einer neben mir voll viel RZ ich muss kurz warten, bis ich ein bisschen, bis sich mein Leben ein bisschen aufgefüllt hat mhm also ich sehe auf der Karte auch noch, äh, einen so einen Platz, wo wir hin müssen und zweimal Erz ich muss mal kurz nach Erz tauchen mhm ich bin ja so gierig wie der Grund ist muss hier irgendwo sein ist wieder doch weiter oben, ne äh, boah oh ja ich hab's gehört ne, das ist irgendwie oben, ist das Gott, ey da komm ich nicht hin das ist mal das ist das ist das sind die immer nicht in Tini ne, na, da macht er lieber nicht, dass du jetzt gleich zerprügelt wirst sein schwimmen die rüber oh, die schwimmen rüber schütze ich kann dich nicht okay, jetzt ronja ja mhm aber ich hab irgendwie immer noch ein paar lasst mich lieber zuerst wandern mhm okay, ich weiß nicht so scheiße scheiße Scheiß Voll in die falsche Richtung geguckt hier Manchmal nerven diese Hänger aber ok Wie er von Weitem zu dir läuft Mh Ey der haut mich immer Oh ich war aber grad mal fast tot Wie kann ich denn angreifen Äh irgendwas gab's da Oh ich weiß es jetzt auch nicht Wer über die denn jetzt? Wie ist 110? Steht nie mehr Tschüss ne Mhm Da ist auch noch einer Na hier sind ja einige Mhm Okay zurück Ihr könnt nicht denn kommen Jeden Kampf gewinnt ihr nicht Jeden Kampf gewinnt ihr nicht Jeden Kampf gewinnt ihr nicht Diesen Spruch wird ne Laser Das soll auch Erz sein Wer kommt mir da ran Oder ich glaub das war wo irgendwo Ne da ist tatsächlich Erz Mal jetzt wo ich die höheren Rang hab hier beim Abbau Krieg ich auch mehr aussehen Also mehr raus dann ne Mh Weißt du schon die Dunkelheit benutzt? Das sieht krass aus Was für den? Dunkelheit Ich fährt in einem Radius von 8 Metern euch Dunkelheit Ihr verbündete Ziele Ach doch das benutze ich öfter Das sieht grad krass aus Damit der Schaden also weniger wird Damit wir weniger Schaden abbekommen Hier So Ähm Einen bräuchten wir noch Ne Da unten ist ne Schatztruhe Ah ja da ist es Geh Weg da Weg da Scheiße Wieder äääh So ein Irgendson Erinnerungsstück Das heißt Ach doch krank macht Hier ist auch was Kapitän Stian ist da Hier muss ich auch noch Scheiße Wo ist denn die da? Äh, wieso kommen die jetzt alle? Ich weiß nicht Der hat das gemacht, oder? Ich hab nichts gemacht Na, hat er die wohl Gefählig da Wir haben einen Anhängsel hier Die brauchen sich heilen Wir haben ja unser Bobel-Ziegel Die läuft immer mit uns mit Was will die von uns? Weiß ich nicht So, einer ist fertig Ich krieg das ja auch Ich kann auch looten Uns fehlt noch Sigrid und Kjell Sigrid, wo bist du? Da ist, das sind Kräuter Du läufst aber einfach so durch Den hab ich nicht gesehen Nö, der war auch sehr klein, ne? Ich wollte schon mal übersehen den, Hallo, Drey Ich bin mov. présent über die Jahre Gip die alles Fast 2 es ist ganz hinten und Landesgen Nr Sie sind nützliche Tiere So einfach durch n ja werden sie einen länger baubt Oh ich kann man schon wieder anhören ich finde das angeln schon gut wegen dem fleisch und das ist ja gleichzeitig noch weiter los, weiter, weiter, weiter lauf einfach weiter ja, muss ich ja, oh, da ist der Kranter wieder ja, jetzt häng ich an dem scheiß Baum ok, 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 weiter ja, worum? was war das denn noch? ja, hier muss es gleich sein oh, 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 oh ah, da ist sie mhm ins Tor gehen oh, ich hab schon angerufen ja gut, die hangen an mich, oder? ja, die hangen an dir mhm jetzt ist er gleich weg auf die Brasse gut, oh, we kill da hinten, Ramob da war hier auch irgendwas mit ich sehn faulauge das ist ein schöner Name hat sich hier neben mir nicht gekriegt ok, rein mhm, ja, von oh, Gott, wie hässlich das ist ja oh, muss aufpassen, kann man nicht kicken in dieses Sprühen ihr habt drei jeder gegen jeden pvp-bereich betreten mhm mhm stört er wirklich ja das muss aber dahinter gewesen sein da ist sie wieder, ne? die Priesterin jaaaa ich hoffe, sie ist nicht so eine Stalkerin oder so naja, das hast du mhm wieso ich die Lok der uns hinterher ich habe kein Ziel oh so Kette das ist ja geil toll, Kette super ja ja wie hat das die überhaupt eh so einen haben wir noch Sigrid was und denn nicht ich 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 nicht ich das das ich 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 Ok. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Äh, vor uns ist sie. Da, da hinten ist sie. Ich zieh sie. Ich rate einfach durch, nehme mir das hier mit. Ich muss näher ran. Da kommt dich ja rein. Hä? Hallo? Ja. Ich schicke. Schöne. Alle fertig? Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir alle drei Quäste fertig. Das ist ja cool. Aber ich glaube, wenn wir jetzt abgeben, dann wir auch. Das glaube ich auch. Schöne! Ich habe mich nicht lauf, ich schicke. Hm. Ich werde diesen Haus nie verlassen! Äh. Ja, es wird voller. Ich hoffe die kommen hier auf mich zurück, das wäre scheiße Ganz schön anhängig, ne? Jetzt sind sie weg Aber das ist auch eine Angelstelle Aber da sind wieder ein anderer Wie komme ich da hoch jetzt? Ist das oben? Ja, sieht so aus Nein, nicht davon gefallen, nicht jetzt Ey, sie sind nicht böse, aber ich muss ganz kurz anhören Mach ruhig Ich hole sie alle Bist du der Buddha, ne? Und dann Star Könnte ich mal sehen Juhu, die Lerei Horr, horr, horr Barakuda auch Ja, ich versuche das nebenbei, wenn es sich halt mal gerade anbietet, ne? Das ist genau, stellst du schnell auf, oder? Nö, du kriegst ja nichts dafür Nö Nur durch, äh, Angeln ist ja nebenberuf Nur durch die Hauptberufe kriegst du was Ach so Aber nur wenn du abbaust wie Kräuter oder Erze, ne? Mhm Also du kriegst ja nichts durch, ähm, jetzt eine Näherei oder so, ne? Was für ein verwittertes? Verwittertes 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 Oh Gott Lädt euch das auch spüren vom Fischen Oh Aber ich kann es ja nicht benutzen, erst ab, ähm, 100 Also einmal in 100 Ist das hoch hier, oder irgendwie, oder? Ist das in diesem Turm? In einem Turm Soll ich raus? Soll ich raus? Soll ich raus? Soll ich perspectives Ich bin doch gestimmt Soll ich mich Ja, ich hab schon gesehen, das irgendwo drin ist, wo ich mich darauf hin das mit dem Pinkel Nebbelt Das sieht aus dem Modell, das leuchtet Das läuft Ich kann mich原usträpen ich kann ja um sie mit ja ich mochte mal auf und weiter und wollten 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 ob das länger er ist der Turm schuldigen ich bin deswegen er sieht aus ein weiter und das Profil in den Petrotten das sexy so aufsteigen Ich habe Ich bin 105 �ata 105 Finally Aber nicht dafür bekommen Nö Warte was gibt es hier Neuer Dingel Oh Tijonschutz Neuer Dingel Freigeschaltet Sturm auf die ViolettPut Tijonschutz weiß ich nicht obwohl doch ich glaube ich austauschen vielseitigkeit ich weiß nicht ob das so primär wichtig ist hier aber 197 krit soll man nicht wegschmeißen wenn ich verachten also nämlich den italian schutz ja gut jetzt sind wir aufgestiegen schöne sache